Stefan Atman vom pfälzischen Weingut von Winning gehört zu den innovativsten Weinbachern Deutschlands. Seine Weine baut er so gut wie alle im Holz aus, so auch den Sauvignon Blanc 2. Ein Wein, der mit seiner unglaublichen Komplexität fast tänzelnd den Gaumen umspielt. Seine exotische Aromatik wird von einer ganz zarten Holznote unterstützt. Dazu brilliert er mit einer unglaublichen Frische. Das ist kein Sauvignon Blanc, sondern ein Sauvignon Wow.